ja hoch und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Tränzenlater zu Nikolaus Folge von Tränzenlater mit Schnee heute heute mit der Vectron am Start wie man hier auch unschwerbar erkennen kann Makro und so und machen auf jeden Fall jetzt erst mal die Sifa noch an auf jeden Fall können wir hier ich zum Beispiel ist Umstände ist leider so eingestellt ist ja auch nicht schlimm auf jeden Fall werden wir jetzt mal mal losfahren dachte ich mir jetzt mal so und ja herzlich willkommen auf jeden Fall ich habe ja was vergessen da wir ja genau wir müssten eigentlich mit anderen Pando fahren ein ich ja ich 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 wenn dann wollen wir es ja schon realistisch haben und mit vorderen Fallen weil wir haben ja auch ein Kessel zu Kunt bei Kessel davon nicht vergessen dass es Panto Schlugfeuer geben kann Funkenfluggefahr gibt und dann haben wir hier die Scheiße auf jeden Fall jetzt können wir auch endlich losfahren wir fahren heute mit einer BR 136 von RSLU der EC European Lücke mit Höhen Leising Zugbeeinflussung ja das was ich gerade kurz gehört habe ASB war übrigens Ratschlupf SEEP 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 Ja, man kann die Ohren. Die Türen aufmachen. Finde ich halt auch ein geiles Feature. Hier nimmt man den Wagen. Können wir noch eine Vorbeifahrt machen. Das soll jetzt auch kein langes, normales Video werden. Sondern eher so ein... ... 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